Freunde, der Classic Physique Mr. Olympia 2022 ist Geschichte. Wir haben uns sehr erfolgreich absolviert, würde ich sagen, mit einem siebten Platz, mit einer Finalplatzierung, Top Tennis im Finale. Siebter Platz war es dieses Jahr. Letztes Jahr beim ersten Start bei Mr. Olympia war es der achte. Das heißt, die Kurve geht nach oben, Tendenz ist steigend und wir arbeiten uns Schritt für Schritt nach oben. So wird es weitergehen. Das ist das Ziel für nächstes Jahr wieder. Der Sprung ist natürlich kein großer, wir haben einen Platz gut gemacht, aber im Anbetracht dessen, wie das Starterfeld war, war er riesig. Starterfeld war dieses Jahr brutal stark, muss man sagen, bis durchgehend in den dritten, vielleicht sogar vierten Kallert waren da Classic Physik Starter mit dabei, wo man sagt, wow, man versteht, warum die ja schon geworden sind. Die Leistungsdichte war brutal. Wir waren 59 in meiner Klasse, das heißt, ich habe 52 Starter hinter mir gewählt. Darauf bin ich stolz, wirklich gut gelaufen und ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Ich möchte jetzt aber ein bisschen ausholen, damit man diesen ganzen Prozess ein bisschen versteht, denn ich habe jetzt auch schon ein bisschen gelesen, dass die Rückseite abgefallen ist, wo ich ganz klar sagen muss, ja, da habt ihr recht, ich habe gerade von hinten sicher nicht mein bestes Paket dieses Jahr gezeigt. Das hat aber etliche Gründe gehabt und da möchte ich jetzt einfach ein bisschen weiter ausholen. Wo wir eine riesen Lektion gelernt haben, so eigentlich schon in Alicante und in Portugal ist, dass mein Körper auf Stress anders reagiert wie bei vielen anderen. Viele andere ziehen extrem Wasser, bei mir ist es so, wenn ich Stress habe, tropiextrem. Meine Glykogenspecher lernen, sie wird leer, wird flach, verliert vielleicht sogar Muskulatur in den schlimmsten Fällen. Und das haben wir Gott sei Dank dieses Jahr im Sinne dieser sehr engen Zusammenarbeit, die ich mit der Rahel und mit dem Stefan gehabt habe, gelernt. Wir haben jetzt schon vor der Reise nach Vegas die Kohlenhydrate wesentlich angehoben. Wir haben geschaut, dass ich mehr zum Essen bekomme, dass ich diesen Stress, den ich beim Reisen ausgesetzt bin, wirklich gut abpuffern kann und wir haben das wirklich brillant geschafft. Ich bin in Las Vegas angekommen, wir haben kontinuierlich die 110,2 Kilo gehabt. Wir sind sogar im Laufe dieses Las Vegas Trips vor dem Wettkampf noch weiter nach oben gegangen mit den Kalorien, sodass ich mich im Endeffekt dann an die Entladetage circa 4.000 Kalorien bewegt habe, sprich es hat gar kein richtiges Entladen gegeben. Das Gewicht ist konstant bei 110,2 blieben. Der Look war grandios, ich war eigentlich schon relativ voll, also eher auf der Volle, auf jeden Fall nicht auf der Flauchgarten-Seite und extrem zuversichtlich dann auch fürs Laden. Jetzt muss man aber sagen, jetzt haben wir nie richtig Entladen, ich habe wesentlich mehr gegessen als wie sonst, jetzt hat er das Laden ganz ganz anders angesprochen. Wir haben weniger stark geladen als sonst, wir sind sicher ein bisschen hinten geblieben mit den Kalbs und ich bin trotzdem brutal schnell voll geworden. Zwei Tage vom Wettkampf am Abend, was eigentlich genau so wie es sein soll, ich war leicht drüber, habe vielleicht sogar schon ein bisschen Wasser gezogen gehabt, wo ich genau gewusst habe, wenn man sich jetzt ins Bett legen, dann wird sich dieses Wasser richtig schön in die Muskulatur reinziehen, ich werde aufwachen, ich werde hart sein, ich werde voll sein, genauso wie es sein soll. Jetzt Revue basierend betrachtet, würde ich sagen, hätte man vielleicht doch noch ein bisschen mehr essen sollen. In der Früh war der Look noch gut, war wirklich gut, aber dann muss man denken, wir sind jetzt um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, und der Wettkampf hat dann gegen halb 10 begonnen und diese Zeitspanne dazwischen, wo Tanning ist, wo du Backstage bist, wo du aufpumpst, wo du dich noch mal mental extrem gut auf diesen Auftritt vorbereitest, der war für mich jetzt zu lang. Ich habe zwar eine Mahlzeit Intus gehabt in der Früh und wollte eigentlich auch gar keine zweite, weil mir wichtig war, dass die Verdauung nicht belastet ist, dass der Bauch flach bleibt, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, hätte man hier mehr essen sollen. Ich hätte mehr Backstage gebraucht, ich hätte vielleicht wahrscheinlich in der Früh noch ein bisschen mehr gebraucht, beziehungsweise auch am Vorabend, damit ich die Fülle, so wie ich für die bekannt bin von Portugal, zum Beispiel auf diese Mr. Olympia Bühne bringen hätte können. Im Endeffekt war es jetzt so, ich habe Backstage begonnen aufzupumpen, ich habe gemerkt, ich weiß es nicht, ich habe so diesen klassischen Druck in der Schulter, weil ich bin bekannt für richtig runde, volle Schultern, den habe ich nicht hinbekommen, ich habe reinpumpt und habe mir gedacht, es passiert nicht viel. Bei der Brust, ich habe gemerkt, sie wird leicht voller, aber sie poppt nicht, sie ist nicht so bubbly, wie sie sein sollt und beim Bizeps muss ich wirklich sagen, wenn ich den gespannt habe oder auch in einen Doppelbizeps rein, ich habe ihn nicht gefühlt. Da habe ich gewusst, ich bin vielleicht doch ein bisschen zu flach, wir haben zu wenig geladen und ich habe nicht den Druck, den ich mir eigentlich gewünscht hätte, weil ich bin wirklich davon ausgegangen, ich werde unter diesen Starten definitiv auf der muskulär stärkeren Seite sein, und das war ja aber nicht so, wie es sein hätte können, weil meine Muskulatur ist vom Typ her eher Schwamm, ich brauche immer drei Tage zum Laden, dieser Schwamm, der saugt sich extrem voll, wenn er die Nährstoffe kriegt, die er braucht, dieser Schwamm verliert aber auch extrem am Volumen, wenn er zu wenig im System hat. Und bei mir war es jetzt so Backstage, wie ich zum Bumpen angefangen habe, habe ich dementsprechend eigentlich keine Nahrung mehr im Vertrauungstrakt gehabt, ich habe keine Nahrung gehabt, die der Körper hätte zur Energiebereitstellung verheizen können, sondern er hat das Glykogen aus der Muskulatur gezogen. Ich denke, im ersten numerischen Vergleich war es echt noch okay, bei der Einzelpräsentation auch, und das hat sich dann auch bestätigt, denn wie ich auf die Bühne gekommen bin für die Callouts, bin jetzt dritter aufgerufen worden, habe ich gesagt, bumm, hammergeiler, obwohl ich mir jetzt nicht so ultravoll fühle, bis ich jetzt dritter aufgerufen worden bin, bin da gestanden, rechts von mir, Ramon, glaube ich, Brion, Chris war drinnen, Urs war drinnen, und ja, ein mega geiler Callout eigentlich, haben alles richtig gemacht, stehst du fast in der Mitte drinnen, jetzt die ersten Plätze, die getauscht worden sind, haben nicht mich betroffen und gesagt, bumm, richtig, richtig gut, aber dann mit den ersten Posen hat es ein bisschen begonnen, dass ich verschwunden bin. Also ich bin eigentlich mit jeder Pose im weiteren Verlauf dieser Vergleiche, bin nicht dünner geworden, bin nach außen gerutscht, bin wieder nach außen gerutscht, bin wieder nach außen gerutscht, und dann hat sich für mich einfach genau das bestätigt, was ich Backstage gefühlt habe, nämlich, dass der Druck zu wenig war. Wie ich dann von der Bühne runtergegangen bin, habe ich mich ja tragisch als erstes gefragt, hey, Fabi, hast du Druck gehabt in der Muskulatur, warst du voll? Und ich habe gesagt, nein, ich war nicht voll. Wenig Druck in der Brust, meine Schulter ist nicht explodiert, und meinen Bizeps habe ich überhaupt gar nicht gespült. Und ja, ist natürlich schade, weil das ist natürlich die Olympie, man will das Beste zeigen, das Paket war grandios, die Form hat gesessen, aber gerade dieser nötige Druck, den ich gebraucht hätte, um diese Platzierung, die ich eigentlich gehabt habe, im ersten Kolb in der Mitte halten zu können, der war nicht da, der war nicht da. Und ich würde jetzt einmal sagen, gefühlt war ich von vorne wahrscheinlich bei 90%, bei hinten gefühlt, wenn ich es jetzt mit Portugal vergleiche, bei 75%, 80%, da ist einiges abgegangen. Ehrlich, jetzt im Nachhinein, wo ich die Rückenbühle gesehen habe, hat mir schon ein bisschen wehgetan, ganz ehrlich, weil auf meinen Rücken bin ich ganz ehrlich stolz. Auf den bin ich stolz, der Pop, der ist voll, für den bin ich bekannt, und genau diesen Look habe ich leider nicht bringen können. Und jetzt schaut es so aus, als wäre ich von hinten ein anderer Mensch und hätte der Rücken ein starkes muskuläres Defizit. Dem ist definitiv nicht so, aber wir haben mehr laden müssen, und das haben wir eindeutig verstanden, machen Prejudging. Es ist dann so weitergegangen, dass wir es mit dem Stefan Kurz geschlossen haben, wir sind dann gleich wirklich zu In-N-Out Burger gefahren, und es hat es gleich mit dem Double-Double gegeben. Wir sind weiter nach Hause gefahren, und haben uns zwar so mega große Croissants oder Donuts gegeben, Cronuts, Donuts, alles war mit dabei. Also habe ich schon jetzt wirklich gemerkt, okay, jetzt wird der Bauch auch schon richtig voll, dann hat es noch eine Lademahlzeit gegeben, spät im Hotelsamen, und zwar mega fette Cookies, noch eine Lademahlzeit, ein bisschen getrunken haben wir. Und das war wirklich teilweise so, dass ich mir gedacht habe, boah, der Bauch, der drückt jetzt schon ordentlich. Aber ich habe es gebraucht, ich habe es wirklich gebraucht, der Bauch war dann wieder flach, das hat sich relativ schnell wieder gelegt, und im Finale war ich dann wirklich wesentlich voller. Mir war zwar ziemlich klar, dass wahrscheinlich das Falale nicht mehr gewertet wird, dass alles nach dem Bridge-Arging vorbei ist. Ich habe es dennoch gehofft, ich habe gehofft, vielleicht können wir einen Terence wegputzen, der ja leider nicht in Topform war, aber die Wertung dürfte eigentlich nach dem Bridge-Arging durch gewesen sein. Jetzt haben wir gedacht, probieren wir es nur einmal, der Look war definitiv besser, zeigen hat man es nicht mehr wirklich können, es war eine gute Minute gefüllt, die wir da gehabt haben in diesem Vergleich, und dann war es schon wieder vorbei. Aber wir haben auf jeden Fall einiges daraus gelernt. Diese Saison, also das ganze Jahr 2022, war extrem lehrreich. Was wir in Alicante gelernt haben, ist einfach mal, dass wir meinen Körper nicht so leer laufen lassen dürfen, weil ich dann einfach auf der flachen Seite bin, weil man mich kaum mehr voll bekommt und weil ich unter Umständen vielleicht eine Muskulatur verlieren könnte, beziehungsweise es so scheint, es würde die Muskulatur verloren haben. Was können wir sich von Mr. Olympia mitnehmen? Von Mr. Olympia kann man sich definitiv mitnehmen, wenn ein Wettkampf so früh startet, wie es hier jetzt der Fall war, zwischen 9 und halb 10, dann ist es für mich einfach so, dass wir diese Zeit, wo früher startet, in der Nacht kompensieren müssen. Das heißt, ich muss in der Nacht aufstehen und weiter durchessen, damit ich diese Fülle, die ich auf der Bühne brauche, dann auch wirklich auf der Bühne bringen kann. Eventuell ein bisschen mehr mitnehmen, Backstage zum Essen, schauen, dass ich nicht leer laufe, und definitiv auch, dass bei mir richtig viel reingeht. Also das hat sich nochmal bestätigt. Ich glaube, pro Ladetag unter 1000 Gramm Kohlenhydrate geht bei mir einfach nichts. Ich habe es gesehen, zum Finale hin, wir haben richtig reingestopft, ihr habt keinen Bock mehr gehabt zum Essen, die Cookies haben nicht mehr geschmeckt, die Donuts waren auch schon wirklich so an der Kippe, wie mir doch der Baut. Das muss jetzt einfach rein, der Bauch hat drückt und genau das ist es aber, Leute, was es für mich braucht, der mir diesen voll muskulären Look auf die Bühne bringen kann. Und ihr dürft es nicht vergessen, das ist hoch individuell. Der eine Athlet, der braucht einen Tag, wenn man bringt ihn wirklich voll bis zu platzen. Ich brauche wahrscheinlich drei und die auch wirklich eher an der Seite, wo man sagt, das ist jetzt schon richtig viel. Ist natürlich schade, dass man das am Olympia lernt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, gerade als Wettkampfsportler lernt man einfach nie aus. Ich bin froh, dass wir diese Lektion für uns mitnehmen haben können, denn das heißt, nächstes Jahr ist wieder extrem viel Luft für Verbesserung drinnen und die werden wir auf jeden Fall zeigen. Aber das ist nicht der einzige Punkt, den wir analysiert haben. Wir sind ja relativ kurz vor dem Wettkampf drauf gekommen, dass ich eine ganz massive Schwäche habe bei der Anstörung von meinem Latt. Der Latt ist grundsätzlich da, aber ich tue mir sehr schwer, ihn anzustören. Das heißt, ich konnte ihn zum ersten Mal auf der Bühne nicht in seiner vollen Größe zeigen, weil mir gerade den Doppelbizeps extrem schwer tut, diesen Latt zu kontrahieren. Bei mir ist es einfach eher so, ich hebe aktuell eher die Arme und was dann rauskommt, kommt raus. Aber es ist irgendwie so, dass man Muskeln, den man eigentlich schwer anstellen kann beim Posen schon, einem Training nicht perfekt trifft. Das heißt, ich freue mich jetzt richtig auf diese Aufgabe, den Latt perfekt kontrahieren zu lernen, weil ich weiß, wenn ich das kann, und das habe ich ja die letzten Jahre bei der Brust gelernt, das habe ich über die Schulter gelernt, das habe ich über die Arme gelernt, und alles ist extrem gut gewachsen. Der Arm ist sogar innerhalb von einem Jahr eigentlich zu einer fast Stärke geworden, würde ich sagen, in gewissen Posen. Wenn ich das jetzt hinbekomme bis zum nächsten Jahr, wo ich zuversichtlich bin, wo ich mich darauf freue, es ist eine schöne Aufgabe, daran zu arbeiten, dann bin ich mir sicher, kann dieses Paket nächstes Jahr nicht mehr viel, viel besser werden, gerade in der Doppelbizeps von vorne. Ich habe das in einem Video angeschnitten, dass wir auf ein Problem drauf gekommen sind, was den Look gravierend verändern könnte. Das ist eben genau das, dass ich den Latt schwer anstören kann, aber wenn ich das schaffe, dann bin ich mir sicher, wie die Doppelbizeps, die jetzt eine schlechte Pose ist, aber eine Pose ist, wo ich trotzdem vor der Elite immer nur geschlagen werde, dann kann das auch eine richtig starke Pose werden. Das ist eine schöne Aufgabe, und wenn ich das schaffe, den Muskel richtig gut anzustören, und wenn wir es nächstes Jahr schaffen, den Körper noch ein bisschen voller zu bringen, dann glaube ich, dann geht es genauso weiter, wie es jetzt gegangen ist, nämlich wieder Spur nach oben, und welcher Platz das dann werden wird, das sehen wir nächstes Jahr. Da will ich jetzt gar nicht viel darüber philosophieren, weil die Klasse entwickelt sich extrem weiter, so wie alle anderen, aber ich bin froh, dass wir wieder Potenzial gefunden haben, wo wir sagen, das können wir ausschöpfen, da ist noch Platz für Wachstum da, da ist noch Platz für Verbesserung da. Jetzt habe ich natürlich jede Menge darüber gesprochen, was wir verbessern können, was vielleicht nicht optimal gelaufen ist, versteht es mich falsch, das ist kein Mörgeln, aber ich glaube, jeder Sportler wird Revue passieren nach einem Wettkampf, wenn er nicht gewonnen hat, oder auch wenn er gewonnen hat, weil er will ja weiterhin gewinnen, schauen, was er besser machen kann. Das ist unser Fazit daraus, das ist das, wo wir sagen, daran arbeiten wir jetzt über das nächste Jahr, das macht man besser, das können wir besser machen. Das heißt aber ganz und gar nicht, dass ich unzufrieden bin. Dieser siebte Platz ist für mich ein Vollerfolg. Ich habe gesagt, First Caller, das ist mein Ziel, im ersten Caller war ich drinnen. Ja, ich bin jetzt der Trassgrutsch ein bisschen, ich hätte gerne diesen sechsten Platz gehabt, wenn man es jetzt wieder am Platz fixieren müsste. Es ist jetzt der siebte geworden, aber das trübt mir Freude an den Ganzen gar nicht. Ich bin zufrieden mit dem Paket, was wir gebraucht haben. Ich bin zufrieden mit dieser Entwicklung, die wir jetzt gemeinsam über das ganze Jahr hingelegt haben, mit der muskulären Verbesserung, mit der Verbesserung im Kopf, generell wie es gelaufen ist. Ich kann nur sagen, ich glaube, wir können Vegas mit einem extrem guten Gefühl verlassen. Ich bin stolz, das deutschsprachige Bodybuilding hier vertreten zu können haben. Ich bin stolz, Österreich vertreten zu haben, die österreichische Flagge im Bodybuilding endlich wieder nach oben zu halten. Und ich verspricht es euch, das wird im nächsten Jahr wieder hinauslaufen, nur noch besser. Das muss der Anspruch sein. Ich sage jetzt schon mal Danke an alle, die diese Reise mitverfolgt haben. Wir sind auf jeden Fall happy damit, wie es gelaufen ist. Wir haben richtig Spaß gehabt. Wir haben euch versorgt mit grandiosem Material. Thomas, Rahel, wir haben alle gemeinsam abgeliefert. Mega Freude gehabt. Und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Wir haben ein Video nach einem anderen rausgeballert. Es war richtig, richtig cool. Ich freue mich selbst schon, das Ganze jetzt Revue basierend mache, zu Hause noch mal einen kleinen Kreis anzuschauen. Und wenn es ihr genauso genossen habt wie wir, wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr zukünftig diesen Content weiterhin sehen wollt, dann könnt ihr es natürlich immer weiterhin unterstützen. Mit eurem Einkauf bei outfit.at für all aus Österreich, für alle anderen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus der umliegenden Markt-Berländer, ganz gern bei esm.com mit dem Code Klassieferm. Mit dem Code Klassieferm. Ich sage schon mal Danke an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es waren ein paar Worte jetzt von mir. Schreibt es einem in die Kommentare, was ihr denkt. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wir sehen uns zurück in Österreich. Hätte ich gesagt, oder? Zurück in Österreich. Danke, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal.